Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod Verstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Serie 7 Trick und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Hier findet ihr Mod 8 noch unter neuesten Mods oder in der Kategorie mittelgroße Trattoren. Der Autor von diesem Mod heißt nur Emre und die Modgröße beträgt ca. 17,25 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 12 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch einen Slot. Das ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs und da haben wir hier schon den Serie 7 Trick. Dieser kommt Standard daher mit ca. 224 PS, kann hier 435 Liter Diesel laden, davon 35 Liter DEV, fällt knapp 60 kmh und wiegt 8,5 Tonnen. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 185.000 Euro. In der Konfiguration selber können wir hier wählen die Moderausführung, einmal den 7210 TTV mit 224 PS, den 7230 TTV mit 245 PS oder der 7250 TTV mit 263 PS. Reifenhersteller können wir hier auch wählen, einmal hier Trelleburg, dann Michelin und auch Weber Lizard. Bei Trelleburg können wir hier wählen aktuell Reifenvariante Standard, dann Radgewichte, Breitreifen und Gewichte, Zwingensbereifung hinten, Zwingensbereifung hinten und vorne oder auch wählbar Standard. Bei Michelin können wir hier wählen aktuell Standard, Breitreifen oder Standard. Und dann können wir hier noch wählen aktuell Lizard. Hier haben wir aber nur wählbar die Reifenvariante Bandlaufwerke. Warnschilder können wir hier auch wählen, aktuell mit Nein oder mit Ja. Und Frontlanderanbau können wir hier auch wählen, aktuell wählbar mit Nein oder auch wählbar Ja. Die Hauptfarbe ist hier auch anpassbar in allen Farben, von z.B. Standard Grün auf Spezial Grau oder auch Schwarz hier. Oder auch gerne hier in Weiß. Die Felgenfarbe habt ihr dazu auch anpassbar, auch hier sogar in allen Farben, von z.B. Grau auf Schwarz oder gerne hier in Schwarz. Das Kennzeichen dazu könnt ihr auch konfigurieren, da kostet uns dieser Serie 7 Truck hier aktuell in dieser Version ca. 201.500 Euro. Ich habe hier mal ein paar Modelle hingestellt und möchte diesen hier auch gerne mal ausprobieren. Wir steigen hier mal ein und fangen immer mit dem Licht am Anfang an. Hier haben wir z.B. zwei Heckleuchten und die Kennzeichenleuchtung ist auch dabei. Des Weiteren haben wir hier vorne die ganzen Leuchten. Vier unterhalb, vier in der Mitte, zwei links, zwei rechts. Des Weiteren kommt hinzu, dass wir hinten Strahler haben. Drei links, drei rechts und vorne sogar auch noch Strahler dazu. Vier Stück komplett oben an der Kabine und die wehladigen weiteren auch dazu. Dann haben wir hier Blinker vorne rechts, Blinker vorne links. Sowohl hinten links, also hinten rechts zum Beispiel. Rundumleuchter haben wir auch am Dach verbaut. Und was wäre jetzt mal zum Beispiel die Hupe. Jetzt wollen wir das Ganze hier mal starten. Und so hört es sich aktuell beim Starten. Wir können das Ganze hier mal von innen anschauen. Hier haben wir die ganzen Sachen, die wir brauchen. Bildschirme, Display, Joystick, Lenkrad und Co. Und können hier mit meiner Runde fahren. Hier haben wir aktuell noch das Bremsticht dazu. Zwei Leuchten links und zwei Leuchten rechts. Und sowohl die Rückfallleuchten mit zwei Stück haben wir hier auch dabei. Jetzt kommen wir hier mal zu der Tastenbelegung. Aktuell können wir hier wählen L1 und X für Traktor aufklappen. Da gehen hier die Warnschilder auf. Oder wiederum zu klappen. Da klappen sich diese zusammen. Sonst habt ihr hier keine Tastenbelegung möglich. Außer die Standardsachen. Wir haben hier mal hier gewählt die Bandlaufwerke. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt hier diesen Dolz oder diesen Series 7 Track natürlich auch mit Reifen nehmen. Wir nehmen hier mal diese Variation. Und können hier damit auch mal eine Runde fahren. Auch hier haben wir das Gleiche. Fremslichter, Rückfallleuchten, Normallichter, sowohl Strahler vorne als auch hinten. Rund um Leuchter am Dach. Und natürlich das Ganze hier von innen. Sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr interessant aus. Genau da haben wir einmal das Ganze mit den Reifen getestet. Und mit den Bandlaufwerken. Und das ist natürlich Geschmackssache. Dann sind wir hier aber leider auch schon zum Ende von dieser Modvorstellung gekommen. Ich hoffe euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback nach. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt diese doch gerne bitte in die Kommentare. Schaut natürlich gerne noch bei Twitch vorbei. oder bei uns im Discord. Die Links zum Twitch-Kanal und zum Discord-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, liebe Leute. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.